Hallo meine Anhörner und da sind wir wieder zurück bei Diablo 3 und... Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Jo. So. Eine Armbrust. Oh. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Der Kart. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren. Und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Ein tragisches Ereignis, doch ich kann den gefallenen Stern nicht erreichen, ohne ihm gegenüber zu treten. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Hedrick. Du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Hedrück. Ach. Glaubst du denn nicht daran, was du mit eigenen Augen... Äh, jetzt pass auf. Christian wurde schon von... Haben wir hier nicht? Jetzt pass auf. Ne, das Buch, das können wir nicht nochmal. Schau mal, ich fange mal. Weißt du, was alle von ihren Sorgen ablenken würde? Eine von Theodas großen Komödien. Ich habe eine davon gesehen. Ah. Nein, Tristram hat noch nicht genug gelitten. Mh, wieso auch. So oft wie Tristram schon, äh, verbrannt und kaputt gemacht und was weiß ich, was alles worden ist. Ne, Tristram hat noch gar nicht. Mir ist zwar jeder Einzelne meiner Gegenstände sehr ans Herz gewachsen, aber wenn es sein muss, kann ich mich von ein paar Sachen trennen. Ja, ja, ist ja klar. Für die richtige Vergütung natürlich. Lea hat die ganze Nacht damit verbracht, mit der Frau des Schmiedes zusammen die Verletzten zu versorgen. Was? Heute Morgen war sie schon wieder dabei, die Tore zu verteidigen? Was treibt dieses Mädchen nur an? Hm. Oh, mehr als euch. Habt ihr gehört? Der alte Rumford hat unsere Ration halbiert. Wie sollen wir kämpfen, wenn wir hungern? Der Rest der Stadt ist auf Viertelrationen, einschließlich meiner Frau. Aber du kannst ja den Dienst quittieren, wenn du möchtest. Hm. Jo. Kannst du dir jetzt aussuchen, Kleiner. Schmied. Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorix zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Manchmal ist der Tod die einzige Gnade, die uns bleibt. Lasst mich euch helfen. Hab Dank. Verügt mir. Sind wir jetzt hier bei Walking Dead oder was, wenn du jetzt gebissen wirst? Ich habe ein paar neue Waren, die du dir unbedingt ansehen solltest. Ja, okay, Sprecher von... Klar, natürlich mache ich auch mal Geschäfte mit zwielichtigeren Gestalten, aber die Ersparnisse kommen dir zugute. Der klingt eigentlich nur noch mal schlecht, der Gürtel. Den kaufe ich mir jetzt auch. Guck mal, wir verkaufen ihm Schlott. Den wir nicht brauchen. Zack, zack, zack. Schneller. Und jetzt töten wir mal die Frau vom Schmied. Los geht's. Frauen töten. Frauen töten. La, 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 la. Loh. Was? Hey, hey, ja. Es tut mir leid. Bedauern, dass euren Ort nicht retten, Schmied. Ich hab' was. Stirb. 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 Wow. So. Hedricks Frau. Äh, jetzt pass mal auf. Fähigkeiten. Jogd. Level 9. Rauchwolke. Was haben wir denn da? Gürzlich unsichtbar. Mira, meine Liebe. Bitte vergib mir. Hedricks, hilf mir. Hey, 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 hallo. Geil. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich steh' in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Imon. Ich muss euch um einen Gefallen bitten. Wisst ihr, wo sich Leoricks Krone befindet? Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt. Meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Heim des Weglagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Hey, komm, hey, ich habe neue Waren wieder wie unten. So. Was haben wir hier? Hier ist noch ein bisschen der Kunde. Hier ist der... Hey, Firmann. Verzeiht. Doch die Fähre nach Wortham steht still. Wir können bei all diesen Ereignissen niemanden übersetzen. Es ist zu unsicher. Yo. Mist. Äh, jetzt pass mal auf. Wir haben ja unsere Verzauberin. Verzauberin. Äh, Miriam. Miriam, hey, hi. Na? Äh. Mach mir doch mal. Wow, das ist ja wirklich sexy, ne? Sexy, hexi. Komm, mach mir mal hier so einen auf... ...Assassine. Äh. Okay. Was soll man hier? Jäger umhangen. Ich will... Aber immer mit nem Schaul. Immer ein Schaul. Das ist der Dämoniäger mit seinem Schaulhotel. Obwohl, das sieht ja eigentlich auch cool aus, ne? So, diese Jägerumhang. Nee, komm, wenn, dann nehm er das einheitlich. So. Einfach mal, dass wir ein bisschen... ...hüppcher aussehen. ...Lol. Fällhandschuhe, Schienenhandschuhe. Alter, was ist das denn? Ja, komm, bam. Gleich hier. Ich glaub, der gehört da auch dazu. Oh, Alter. Wie sieht der denn jetzt aus? Krasser Typ. Nein, das werde ich nicht tun. Oh, warum nicht? Oh, das geht auch nicht. Okay, gut. Danke. So. Äh. Gut. Dann. Gehen wir mal durch das Nordwest-Tor. Sie ... ... ... Ah, Gott. So, äh, warte, 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 warte. Okay. Oh schön, sorry. Leerer Ausrüstungsplatz, was? Ne, ich wollte, das wollte ich ja gar nicht. Oh, das ist schon ein bisschen fett. Steh hier, fett. Oh nein. Ach, nö. Eine Herausforderung? Ja. Oh, alter. Ach, ich kann dann aber auch nicht schießen, wenn ich uns achte. Okay. Junge. Aasfresser sind abstoßende, erbärmliche Kreaturen, die von Aas und Bleichen leben, die zu verrottet sind, um irgendwelche anderen Fleischfresser anzuziehen. Ich traf einst einen zerlumpten Burschen, der behauptete, eins dieser Biester darauf abgerichtet zu haben, ihm große Ratten zum Verzehr zu bringen. Nicht genug Hass. Aber ich bin sicher, diese Geschichte ist völliger Unsinn. Oh, alter. Leck mich. Ach. Ich habe nicht genug Hass. Alter. Alter. Ach, komm. Ja, natürlich. Aber ich muss das jetzt auch noch tun. Hier ist der. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Alter, die Gurgule. Ja, stirb jetzt. Alter. Nein. Die bringt... Die macht mir meine ganze... Die ganze Entsähigkeit. Nicht genug Hass. Boah, ja. Geh mir denn am Sack mit deinem Hass, Mann. Dann hasst halt einfach mir. Also das war jetzt wirklich schon so ein Ding, ne? Also so die Gelben, auf die muss ich bei Hardcore echt aufpassen. Na, hab ich es gesehen. Das war jetzt ganz gut. So, sehr schön. So wie geil ist das hier. Also die Normalen, die sind echt kein Problem soweit, ne? Aber... So bald, da muss ich ja so Gölber daher... Also die Blauen sind auch noch ziemlich okay gewesen. Aber die Gölben? Die Gölben, die sind ein bisschen krass. Aber die Gölben haben dann immer stärkere weiße, also normale Bonser dabei. Die sind halt dann einfach ihre... Na ja, ihre... Untertanen sind, weil sie ja schwächer sind als... Ne? Und so. Und die gehen halt auch am Sack, weil die nämlich auch immer irgendein Attribut dabei sind. Okay. Ich habe nicht genug Pass. Zum Beispiel die davor, dass die halt eben schnell gewesen sind. So. Puh. Jawohl. Ein Spaß für die ganze Familie. Puh. 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 Das ist ja ausverlässer, ne? Die hätten sie ja auch einfach Hyänen nennen können. Boah, geh weg. Puh. Puh. Jetzt los. Nein. Bitte nicht. Was ist jetzt los? Puh. Oh, ich hoffe echt, dass die hier... Puh. No lol. Was? Also dafür hätte jetzt die... Die Leiche wenigstens irgendwas droppen können, ne? Das ist halt... Ist halt schon... Ist ein bisschen hinterlistig. Oh, Alter. Ja, ja. Zwei Fette dabei. Befriedigend. Du hast ja auch dein Schwert, wo der eingesteckt, ja? Ja. Drecksau. Oh, ich kann endlich n Salto. Aber warum hängt das denn jetzt wieder so? Mann! Ich brauche mehr Disziplin. Ich brauche mehr Disziplin. Oh, ich muss echt sagen, ich hätte gern... Ja, man kann mit nichts zufrieden sein. Ich hätte gern noch ne zweite Einhandarmbrust, weil dann schießt der auch schneller. Ja, einfangen der Schuss, das interessiert mich nicht. So ne schöne Einhandarmbrust. Ja, ein bisschen was kann. Die wär halt jetzt noch... Zucker. Oh Mann, warum hängt das denn jetzt schon wieder teilweise... Äh, diese Internetleitung hier, die macht mich nicht wertig. Da hab ich da vorgewohnt hab. Hunderttausende Leute um hier 16.000. Wow. Es ist einfach widerlich. So. Nicht genug Hass. Ach man. Boah, Alter. Schnauze. Oh. 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 Da frage ich mich ja, wieso der Typ hier draußen auch einfach rumrennt, ne? Was will der hier? Boah, Jungs. Was ist denn los jetzt? Hallo. Hallo. Und jetzt kam sogar... Da bin ich unsichtbar weg, aber ich zeichne mal alles. Ist so ein bisschen zum weglaufen, muss ich mir das... Wenn ich mir wirklich fast tot bin. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ziemlich gut zu wissen. Oh, da oben ist ich schon wieder drei. Drei blaue. Oh Mann. Leere Ausrüstungs... Ja, sie haben einen leeren Ausrüstungsplatz. Ja, was willst du mir denn damit immer sagen, Mann? Ich weiß, dass ich leere Ausrüstungsplätze habe. Aber ich habe ja nichts, was ich, äh, dahin parken kann. Was will der denn immer von mir? Ach, nein. Wir müssen das dann jetzt auch noch so kotzene Mütter sein, ey. Brauenschlagen zum Wohl anderer, ey. Weiberkloppe. Busch. Ach, Teleporter. Alles klar. Okay. Warum nicht? Ach komm, Alter. Echt jetzt. Alter, da hau jetzt einfach rein in uns so eine Dschihadbombe. Und TTT zu tun. Ah, fack. Ich hab auch. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Alles klar. So, die Gronk-Dschihadbombe. Fick dich ins Knie! Bumm. Immer schön rein fetzen. Let's fetzen. Let's fetz, olte! Bamramramaaa. Lalalala. Na, schön zuleid, Sprain. Oh, fuck. Einfach machen wie bei Call of Duty. Einfach Sprain. Trifft mir immer irgendwas. Ey, bleib stehen, du dummer Wurm. So, sehr schön. Boah, Jungs! Was ist denn los hier? Jungs! Ja, ist er okay? Mälta! Yo, malo! Mal es in Ordnung! Und dann kommt wieder zwei so Affen aus dem Gebüsch. Wahnsinn. Ach hier war... Oh, was haben wir denn hier? Schreckensschutzes. Ach, stirbfetti. Na fettig nach Speck. Ach du! Oh, jetzt weißt das ein Speckings! Schau, das ist ja schon langsam nicht mehr tragbar. Boah, Alter. Wie, was denn da? Hä? What? Ach, ich seh jetzt hier so die ganze Karte. Okay. Äh, ja. Gut, nein. Ach, nö. Hey. Jetzt reicht's aber auch mal, ne? Sind wir jetzt hier? Jetzt haben wir ein Friedhof im Altar. Vorne ist einfach mal drüber. Wieso nicht? Ja, wie viele kommen da noch raus? Hallo. So, das erleichtert dann auch wieder. Sie sind gegenstände zerstört. Was haben wir denn jetzt? Ah, ne, neue Fähigkeit. Die Aaktive. Das passe ich hier. Das war's. Das war's. Das war's. So, und wieso war das Mikro schon wieder gemutet? Boah, Jungs, ne? Ach, Mann. Ja, ab und zu, ne? Wenn man hier aus der Tastatur einfach rumhämmert und dann teilweise einfach, hier haben wir wieder einfach F1 drückt, dann ist das natürlich wieder Kacke. Mann! Los, Leute. In den letzten Tagen von König Leoriks Herrschaft konnten selbst die Gebeine der vor Ewigkeit gestorbenen... Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Sie nahmen ihre verfallenen Rüstungen und Waffen wieder auf und sind nun bereit, alles niederzumählen, das Atmen. Sie mögen vermodert und gebrechlich sein, doch ihre verdrehte Intelligenz macht aus ihnen ein beachtlicher Gegner. Boah, Alter, wenn ich jetzt hier noch weiter suche, ne? Ja, dann ist der Dungeon nochmal 100 Jahre lang. Das ist gut zu mir. Ey, guck, die Mauer jetzt auch und dann gehe ich da unten, wo es fliegt, die Kacke. Halt die Schnauze, Ausfresser. Dann haben wir ja keinen Pass mehr. So einen gelben Halt, ne? Also so eine mächtige Kreatur. So was ist ätzend. Ne, komm, die doch auch gar nicht. Ich bekomme mich jetzt nicht. Oh, Speicherpunkt. Gut. Das war's dann nämlich auch wieder für heute, Freunde.